Wir sind schon länger für eine professionelle Haarentfernung durch Laser oder IPL und mich würde es mal interessieren, ob das negative Auswirkungen auf die Haut haben kann und ob die Geräte für zu Hause sicher sind. Beim Epilieren mit Laser oder IPL Geräten besteht das Ziel gerade darin, die Zellen, die für die Haarbildung zuständig sind, auszuschalten. Dazu muss die Strahlung stark genug sein. Das heißt, dass Schäden wie Verbrennungen oder Über- bzw. Unterpigmentierungen der Haut sowie Augenschäden, wenn die Strahlung in die Augen kommt, möglich sind. Damit das nicht passiert, müssen bei Heimgeräten die Herstellerinformationen zum sicheren Gebrauch des Produktes unbedingt beachtet werden. Bei der professionellen Haarentfernung sind die Geräte deutlich leistungsstärker. Umso wichtiger ist es, dass entsprechende Fachkenntnisse und Erfahrungen bei den professionellen Anbieterinnen und Anbietern vorhanden sind.